Wenn man als Coach, Berater oder Agentur auf 5 bis 10 Millionen Euro pro Jahr skalieren kann, darum wird es in diesem Video gehen. Mein Name ist Andreas Baulig von Baulig Consulting und das hier ist ein strategisches Dokument, das wir jetzt hier im Detail durchgehen werden. Du findest den Link dazu auch noch um dieses Video drumherum und kannst dir das Ganze in aller Ruhe anschauen. Also zuerst einmal, wer bin ich? Ich bin Andreas Baulig, Gründer, Geschäftsführer von Baulig Consulting. Wir haben auch über 30 Millionen Euro Jahresumsatz, über 6 Millionen EBIT pro Jahr, das kann ich auch beweisen. Das könnt ihr euch bei Northdata anschauen, bei der Baulig Consulting GmbH. Wir haben auch hier eine Analyse von einem renommierten Steuerberater, der sich unsere ganze Firmenstruktur angeschaut hat und das Ganze noch bestätigen kann. Wir haben hier ein riesiges Office in Copeland über 2200 Quadratmeter, das kannst du dir auch anschauen. Hier ist ein Video angehangen, wo du einen kompletten Walkthrough durch dieses Gebäude hast. Das heißt, du kannst dir im Detail hier auf diesem Video anschauen, wie das Ganze bei uns hier vor Ort aussieht. Wir haben jetzt hier seit HubSpot-Einführung in 2018 über 105 Millionen Euro Auftragsvolumen slash Umsatz verbucht an dieser Stelle hier. Das waren noch ein paar Millionen vorher, bevor der Einführung hier. Wir haben allein in 2022 hier allein bei Facebook über 2,6 Millionen Euro ausgegeben. Auf einem Werbekonto hier haben weitere 910.000 Euro hier ausgegeben auf Google von 21 bis 22 ungefähr. Das heißt, wir haben hier auch mehrere Millionen Euro Ad-Spend jedes Jahr, dürften in Summe schon über 10 Millionen ausgegeben haben, um eben diese Summe auch hier zu erwirtschaften. Und wir haben selbst einige super erfolgreiche Beteiligungen darüber hinaus in der Firmengruppe, zum Beispiel den DCF-Verlag hier, 3,7 Millionen Euro in 2022, 1,1 Millionen Euro EBIT. 20 Mitarbeiter haben mittlerweile eigene Software-Plattformen, wie zum Beispiel Learning Suite, eine E-Line-Plattform und ein Onboarding-Tool für Mitarbeiter und Kunden. Bauen auch hier in einem CM-System rum, extra für unsere Kunden, dass es ermöglichen soll, das Set-and-Closer-Prinzip 1,2 umzusetzen und die Vertriebsstrukturen sehr, sehr stark hochzufahren bei all unseren Kunden hier beraten. Da sind wir in der Pre-Launch-Phase, haben einige 100 News auf der Plattform und bereiten da auch gerade die Skalierung dieses Jahr vor. So, wir haben auch sehr viele prominente Kunden, davon wirst du einige kennen. Alex Fischer, Gerald Törhan, Jonas Eisert von Lovefilm, Fairfamily. All diese Leute hier machen hohe sieben- oder achtstellige Monatsumsätze. Die Jungs sind achtstellig, achtstellig mittlerweile. Niklas Spellmeier hat schon Millionen Euro im Monat geknackt. Jens Rabe mehrere hunderttausend Euro im Monat. A&M-Unternehmerberatung aus Hannover auch mehrfach sechsstellige Monatsumsätze, hohe siebenstellige Jahresumsätze. Henry Kuhlmann im Bereich Airbnb-Coaching macht auch mehrfach sechsstellige Monatsumsätze und mehrfach siebenstellig im Jahr. Robert Eckholt, der ist mittlerweile mit unserer Hilfe von niedrigen achtstelligen Umsätzen auf sogar neunstellige Umsätze skaliert. Das können wir auch alles beweisen. Du findest immer zu den ganzen Leuten, findest immer auch passend, wenn vorhanden, hier ein ausführliches Video-Interview. Das heißt, du kannst dir das alles hier auch im Detail anschauen. Und ja, wir können das Ganze auch beweisen, was wir hier von uns geben. Dann Social Native, super bekannte Recruiting-Agentur Maximilian Wolf im Bereich Business-Coaching für Immobilienmakler und im Handwerk mittlerweile auch unterwegs. Hendrik Tielebski, der bekannteste Steuerberater in der ganzen Schweiz, der mittlerweile hier auch mehrfach siebenstellige Jahresumsätze macht. Andreas Scheibe im Bereich Handwerk. Candidate Flow, auch sehr bekannte Recruiting-Agentur, macht mittlerweile auch hohe siebenstellige Jahresumsätze und ist kurz davor, auch eine Million im Monat zu knacken. Leo McIntyre im Bereich Zahnärzten, super aktiv. Mehrfach siebenstellige Jahresumsätze als Agentur. David Tappel im Bereich von RAR-Beratung, mehrfach siebenstellig im Jahr. Marc Weininger, super bekannte Agentur hier von Schema M im Bereich E-Commerce. Einer der Player, der sehr, sehr viele Leute dort voranbringt. Wir beraten auch Tracy Fai, seine Software-Ausgründung. Robert Giebenrath, externer CFO, mehrfach siebenstellige Jahresumsätze. Jan Barmann, B2C-Fitness-Coach, mehrfach siebenstellige Jahresumsätze. Den beraten wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Dustin Sennebald, MPU-Beratung von nahe zu null auf mehrere Millionen Euro pro Jahr skaliert, mit sehr, sehr hohen, selbststelligen Monatsumsätzen mittlerweile. Goldman Tax, Sofian und Ali hier sind eine digitale Steuerkanzlei, mehrfach siebenstellig im Jahr. Wir bauen das Ganze auch gerade sukzessiv weiter aus. Katja Holzei, mehrfach siebenstellige Jahresumsätze im Bereich Unternehmerfreiheit. Jan Kaporze, auch sehr bekannte Recruiting-Agentur, High Office, Dieter Homburg, super bekannt. Fachzentrum Finanzen, Tom Baumdeck im Bereich Online-Shop-Aufbau, mehrfach siebenstellig. Hat auch hier alles hier schon dokumentiert, schriftlich. Und zu guter Letzt auch eine sehr bekannte Person, die wir mit aufgebaut haben in den ersten Jahren. Matthias Aumann, von bis zum Mittelstand. Dort haben wir in den ersten Jahren, insbesondere 2018, 2019, eigentlich nahezu alles gemacht. Den Inhalt aufgebaut, die Vertriebsstrukturen, das Online-Marketing, die Geschäftsprozesse. Wir haben die Personenmarke aufgebaut. Ich habe den Namen Mission Mittelstand sogar erfunden. Wir haben uns die Brand ausgedacht im Auftritt nach außen. Und haben da bis 2019 noch aktiv das Ganze gemanagt. Diese Firma ist mittlerweile auch achtstellig. Hier ist das Statement dazu von Matthias in einem YouTube-Video. Könnt ihr euch gerne anschauen, ist hier alles verlinkt. Wir selbst haben über 2.274 Bewertungen auf Trustpilot von Beratungskunden mit einem hervorragenden Score. Findet ihr auch alles hier im Dokument. Könnt ihr euch gerne alle Ruhe anschauen. Wir haben auch eine Studie durchführen lassen, bei der wir genau analysiert haben, wie sich Baulig-Kunden steigern. Dort findet ihr auch alle Informationen zu in dem angehandenen Video. Und hier findet ihr unter diesem Link eine riesige Playlist mit weiteren, ich glaube über 100 Kunden, die auf Video quasi erzählen, dass wir ganz toll sind. Sprich, wir haben die Backstory, wir haben auch den Beweis, dass es alles stimmt. Kurz zu mir, was ist meine Backstory im Bereich Online-Coaching in den letzten zehn Jahren? Ich bin seit 2012 unterwegs online, habe damals auf 1akadat.de ein Online-Coaching aufgebaut für Studenten, um bessere Noten zu schreiben. Da habe ich alles über Selbstvermarktung gelernt. Social-Media-Marketing, Funnel-Marketing, E-Mail-Marketing, bin da voll selbstständig. Seit 2014 habe ich mit den Studenten damals mehrere hunderttausend Euro Jahresumsatz gemacht. Dank bezahlter Facebook-Werbung habe ich selbst damals hochpreisige 2.000-Euro-Kunden am Markt gewonnen, der quasi von Nudeln und Pesto lebt. Sprich, das war damals hochpreisig, Online-Coaching. 2.000 Euro ist heute, dank unserer ganzen Tätigkeit hier mittlerweile absoluter Standardpreis für Coaching. Aber das Wesentliche war, andere Unternehmen wollten damals wissen, wie ich das Ganze gemacht habe. Deswegen habe ich seit 2015 auch im Hintergrund bei vielen, vielen Unternehmen mitgearbeitet. Sehr, sehr viele Online-Marketing-Gurus aus der Zeit 2015, 2016 haben mit mir gearbeitet. Und wir haben einige auch als Agentur betreut. Seit 2016 mache ich das Ganze hier dann gemeinsam mit Markus Baulig, meinem Bruder, und Armin Bezeli als Geschäftspartner, der bei uns mittlerweile Vertriebsleiter auch ist. Wir haben in 2017 dann gemeinsam zum ersten Mal einen siebenstelligen Jahresumsatz mit der damaligen GmbH gemacht. Das war die AB Online-Marketing-GmbH. Haben das Ganze dann umbenannt in 2018 in Baulig Consulting, also die Baulig Consulting-GmbH. Wir haben vorher das Thema Hochpreisstrategie im Markt extrem bekannt gemacht. Haben uns in 2018 Raoul Plikert als strategischen Partner für Branding und Pay-Per-Click-Werbung noch ins Team addiert. Jetzt sind dann auf 5 Millionen pro Jahr gewachsen, haben jetzt noch immer mehr Agenturen, andere Dienstleister, nicht nur reine Online-Coaches aufgenommen in die Kundschaft. 2019 haben wir zum ersten Mal über 10 Millionen Auftragsvolumen gemacht, sind ein größtes Office umgezogen. Haben dann trotz Lockdown-Phase in 2020 das Ganze unfassbar stark skaliert auf über 20 Millionen Euro pro Jahr. Haben weitere Beteiligungen aufgemacht, die wir eben aufgezählt haben. Haben Immobiliengeschäft angefangen zu betreiben, weil wir enorme Profite hatten. Das Geld irgendwo hinpacken mussten und haben dann in 2022 zum ersten Mal über 30 Millionen Euro Jahresumsatz geknackt. Haben eine Auszeichnung von Focus Business und Statista bekommen, die ich euch gleich noch zeigen werde. Wurden zum Wachstumschampion 2022 gegründet, ausgerufen. Also eines der Top-Wachstumsunternehmen in ganz Deutschland. Wir waren das 8-schnellstwachsende-Unternehmen über die letzten drei Jahre davor. Und sogar Nummer 1 im Bereich der Unternehmensberatung. Und zu guter Letzt wurde mein Bruder Markus Baulig vom Forbes-Magazin zu den 30 under 30 Europe gewählt. Könnt ihr euch ganz an der Uhr anschauen. Hinter diesem Link hier können wir auch alles beweisen. Weiterführende Quellen, wenn ihr wissen wollt, wie meine ganze Story ist. Hier gibt es Videos dazu, wie wir die Firma gegründet haben. Hier gibt es eine ganze Dokumentation von fast zwei Stunden darüber, wie wir die Firma aufgebaut haben. Hier gibt es meine Learnings aus zehn Jahren Zenehmertum, noch mal komprimiert. Und hier haben wir zwei intensive Podcasts, wo wir jeweils drei Stunden ungefähr über unsere ganze Story reden. So, wer das alles jetzt bis zum Zeitpunkt gehört hat, der weiß jetzt, wir sind the real deal. Wir können dir tatsächlich helfen. Wie man hier sehen kann, sind wir mittlerweile auch Speaker auf den größten Events im Bereich Online-Marketing. Sprich, hier auf der Bühne beim Founders Summit. Mein Bruder Markus vor 8.000 Menschen. Ich auf dem gleichen Event auch komplett vollgemacht. Mehrere hundert Leute. Wir sind auf sehr, sehr vielen Bühnen unterwegs. Unter anderem Contra, This is Marketing, Founders Summit und so weiter und so fort. So, hier ist nochmal Forbes 30 under 30, der Wachstums-Champion Award. Sprich, wir wissen, wovon wir reden. So, wofür diese Einführung? Warum bin ich das Dokument hier? Es gibt dort draußen eine Epidemie von wirklich absolut mittelmäßigen Coaching-Anbietern, die irgendwo auf diesem mittleren Level von 1 bis 3 Millionen Euro pro Jahr hängenbleiben, aber es nicht schaffen, zu einem signifikanten Player im Markt zu werden. Und häufig unterschätzen diese Anbieter sich komplett selbst. Das heißt, wenn du jemand bist auf dem Level, dann denkst du wahrscheinlich, du bist richtig krass. Du denkst, du bist bekannter, als du bist. Du denkst, du bist erfolgreicher, als du eigentlich bist. Aber die Wahrheit ist halt, am Ende des Tages bist du nur eine kleine Verdreifachung, vielleicht eine Fünffachung, davon weit entfernt mal 5 bis 10 Millionen zu machen. Und du denkst jetzt, das ist reine Formsache. Das denken viele auf dem Level. Und du denkst, das kriegst du easy peasy hin. Aber das ist ein Irrglaube, dass das einfach geht. Und die meisten denken auch noch, wenn sie 1 bis 3 Millionen Euro pro Jahr machen, dass sie irgendwie jetzt rich wären, voll Geld hätten und so weiter. Können aber faktisch gesehen nicht mal eine Immobilie kaufen. Und das finde ich cringe. Das heißt, ich finde es ultra cringe, auf diesem mittleren Level hier diese Sammelbecken mittlerweile zu betrachten von Leuten, die auf 1 bis 3 Millionen pro Jahr hängenbleiben. Deswegen gibt es dieses Video hier. So, die traurige Realität. Wie sieht es nämlich in der Praxis aus? Egal, ob es jetzt hier Coaching, Beratung, Agenturgeschäft ist. Wenn du zwischen 1 bis 3 Millionen machst, dann bist du in den meisten Fällen jemand, der jetzt halt zum ersten Mal nennenswert Kohle macht. Aber im Vergleich zum Rest der Bevölkerung, ja, oder auch vor allem zu den Top-Leuten im Markt, bist du jetzt halt besser gestellt. Aber du bist immer noch nicht super erfolgreich. Und du bist mit 1 bis 3 Millionen Nummer kein A-Player im Markt. Du hast keine Signifikanz und Omnipräsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die beginnt bei ca. 150.000 Euro Spend im Monat. Und daraus resultierend halt auch irgendwie mal eine halbe Million bis eine Million Euro im Monatsumsatz. Du bist also halbwegs erfolgreich, aber gleichzeitig bist du irgendwie immer noch im Tagesgeschäft drin. Du hängst also entweder im Fulfillment oder im Marketing oder im Vertrieb bist, weil du drin noch fest, weil du der einzige Closer bist und quasi unabdingbar in diesen ganzen Bereichen bist. Du bist also im Tagesgeschäft drin und hast faktisch gesehen nicht mehr ein Unternehmen, du bist nur ein erfolgreicher Selbstständiger. Und jetzt kommt der Punkt, viele bleiben auf diesem Level hängen für eine ganze Weile und verschwinden aber nach zwei bis drei Jahren wieder vom Markt, weil sie es eben nicht schaffen, groß genug zu werden und sich selber aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. Und viele von diesen Leuten, die es mal geschafft haben, auch in den letzten vier, fünf Jahren, bleiben halt auf dem Level hier hängen bei diesen 1 bis 3 Millionen und kriegen so eine Art Burnout. So, wenn sie dann scheitern, sieht das wie folgt aus, ja, die checken nicht, woran es liegt, dass es nicht vorangeht, ihr Business scheitert in irgendeiner Form, sind gestresst, sie entdecken Spiritualität, gehen eisbaden, machen irgendwelche Urlaube in Bali, reden sich selber ein, dass Geld nicht so wichtig sei und der wesentliche Faktor ist einfach nur an der Stelle, dass die meisten halt, weil sie es geschäftlich nicht hinbekommen, sich selber sabotieren, dann einreden, dass sie gar keinen Bock mehr auf Business haben, dass sie keinen Bock auf Geld haben, dass ein Selbstbetrugs sondergleichen, das fällt ihnen dann nach zwei, drei Jahren auf, nur bis dahin haben sie ihre Chance komplett verspielt. Und die Lösung für die Probleme ist nun mal die Skalierung auf 5 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz und der vollständige Rückzug aus dem Tagesgeschäft. Das willst du hinbekommen, denn dann bleibt extrem viel Geld für dich übrig, du hast voll viel Lebensqualität gewonnen, du bist signifikant im Markt, du hast was zu melden, du bist sicher, krisensicher vor allem, weil wenn du jetzt dreimal kleiner bist plötzlich oder auf morgen, bist du immer noch super erfolgreich. Und das ist der Punkt, ja, so. Fakt ist aber auch, die wenigsten, die auf dem Level jemals kommen in den letzten Jahren, schaffen das Ganze ohne Baulich-Consulting. Es gibt wirklich sehr wenige Leute, die es schaffen, achtstellige Coaching-Angebote oder Agenturangebote und so weiter zu kreieren. Und die Leute kann man fast an der Hand abzählen. Ja, es gibt schon ein paar mehr, aber die meisten, die es geschafft haben, in den letzten drei bis vier Jahren, haben es mit Baulich-Consulting gemacht. Ich habe sie dir oben aufgezählt. Und der Rest, der es irgendwie schafft, achtstellig zu gehen, der setzt sich zusammen aus irgendwelchen alten Speakern aus den 90ern, die seit Ewigkeiten am Markt sind, ja, die viel zu wenig Geld verdienen. Angesichts der Tatsache, dass sie hunderttausende Bücher verkauft haben, sie das schon kennt und so weiter. Also es ist wirklich absolut lächerlich, wie manche halt dann denken, sie sind erfolgreich, obwohl sie jetzt schon seit 30 Jahren Business machen und es gerade so schaffen, irgendwie in diesem achtstelligen Bereich rumzuagieren und nicht mal zweifach achtstellig sind, ja. Das ist echt cringe. Dann gibt es jede Menge Leute, die Achtstelligkeit claimen, also irgendwelche unseriösen Duber-Clowns mit leeren Versprechungen, Pseudogarantien, fiktiven Sales- und Kaufverträgen oder 36 Monatsraten, statt irgendwie mal in drei, vier Monaten das Geld einzutreiben. Und die dann behaupten, sie machen 10 Millionen, aber die Hälfte davon wird storniert, bricht ab, fällt irgendwann aus und so weiter und so fort. Und nach zwei Jahren ist das gesamte Internet voll von Negativberichten über ihre Abzockerei. Das meine ich ausdrücklich nicht. Ja, da haben wir nichts mit zu tun und das sind auch keine achtstelligen Businesses, das ist einfach nur Scam. Nein, so, Punkt, ja. So, der nächste Punkt, es gibt eine Handvoll Leute, die es auch schaffen, aber in den meisten Fällen sind das dann zwar nominell die Inhaber, aber eigentlich sind sie die Marionetten, die vor der Kamera rumtanzen oder auf der Bühne rumtanzen und 70 Prozent ihrer Umsätze dann einen jungen, smarten Geschäftsführer oder sogar Agenturpartner abdrücken und aus eigener Kraft irgendwie gar keine Erfolge hätten, ja. Also, der Punkt ist, hier hast du normalerweise immer irgendjemanden, der so ein alteingesessener Experte ist, den man vor die Kamera stellt und der einfach dann von einem smarten Online-Marketer richtig ausgepresst wird und das ist wirklich so, dass hier 50, 60, 70 Prozent der Umsätze einfach dann weggehen an den jungen Mitte-20-Jährigen, der es eigentlich kann und die Person vor der Kamera ist eigentlich ein armer Schlucker. Das willst du auch nicht haben, ja. Und dann gibt es noch die Egomanen, die es halt irgendwie schaffen, auf 10 Millionen pro Jahr zu kommen, aber dafür irgendwie ineffizient arbeiten, nicht richtig lernen, Prozesse aufzuziehen, Arbeit abzugeben, digital smart zu arbeiten, halt 10 Millionen Umsatz machen, aber 9,3 Millionen Kosten aufbauen, weil sie irgendwie 200 Mitarbeiter haben. Und das macht auch keinen Sinn, ja, sich Frustspeck anfuttern, weil sie nicht wissen, wie man eben das Tagesgeschäft angibt und abgibt und den ganzen Tag halt arbeiten müssen. Ja, du willst keiner von denen hier sein, du willst jemand sein, der smart macht, wie die Leute ich eben aufgezählt habe. Und wie gesagt, es mag durchaus sein, dass es noch ein paar andere Leute gibt, die auch mal 10 Millionen pro Jahr knacken, mit denen wir nicht gearbeitet haben, aber Fakt ist, die meisten, die es geknackt haben oder das aktuell knacken, arbeiten mit Body Consulting zusammen. So, das ist einfach ein Fakt und da kann man nicht viel dran rütteln und dementsprechend erkläre ich euch jetzt auch warum. So, es gibt eine gläserne Decke bei 1 bis 3 Millionen Euro im Jahr. Auffällig, viele Unternehmer scheitern an dieser Höhe hier, ja, und es geht hier irgendwann nicht mehr weiter. Und für jeden, der mal 10 Millionen macht, gibt es gefühlt irgendwie 50 bis 200 andere Leute am Markt, die halt irgendwie eine Million pro Jahr machen oder halt bei 3 Millionen irgendwann cappen. Das liegt auch nicht daran, dass die Leute sich keine Mühe geben, keine Energie, keine Zeit reingeben, aber es gibt einfach Cap Limits, wo es einfach nicht mehr bringt, hier noch mehr reinzugeben an Input, weil einfach irgendwo hier ein Limit ist, weil dein Business einfach nicht mehr Ergebnisse zulässt. Um mehr zu investieren, bringt da nichts mehr, weil man hat hier diminishing returns, ja, mehr reinstecken bringt nicht mehr Ergebnis, deswegen geht es hier nicht voran. Und diese gläserne Decke ist absolut real. Für jeden, der einmal auf dem Level war, der merkt, es ist super schwierig, da durchzubrechen und dauerhaft über diesen Punkt hinaus zu kommen. Und diese gläserne Decke sorgt dafür, dass Leute einfach jahrelang teilweise an derselben Stelle stehen bleiben, bis irgendwann ihr Business kollabiert, aufgrund von Faktoren, auf die ich gleich eingehe. Und das Durchstoßen dieser gläserne Decke ist für die meisten absolut unmöglich, weil sie gar nicht wissen, woraus diese gläserne Decke besteht. Und der Grund dafür ist, dass die meisten schon gar nicht wissen, warum sie überhaupt 1 bis 3 Millionen Euro im Jahr machen. Denn das ist keine Kunst, ja. Jeder Vollidiot kann es schaffen, auf 1 bis 3 Millionen Euro pro Jahr zu kommen. Ja, als Coach, Berater, Experte ist es super einfach, dieses Ausgangsniveau von 1 bis 3 Millionen heutzutage zu erreichen. Du musst dafür nicht mehr ein guter Unternehmer sein. Du musst nur zwei von drei der Dinge auf dieser Liste hier erfolgreich meistern. So, hier ist meine Liste. Wenn du eine starke Personal Brand hast, oder du hast ein gutes Kaltakrise-Team oder ein Closing-Team, oder du hast voll organische Reichweite durch Content-Marketing aus der Vergangenheit, du bist also sehr bekannt, oder du bist so ein Online-Marketing-Nerd, du kannst voll gut Online-Marketing, kannst voll gut Ads schalten, oder du hast extrem geile Kundenergebnisse, dass einfach jeder bei dir da bleibt, verlängert, teure Programme kauft, oder du bist super effizient, hast hohe Marge, Rendite und kannst deswegen dir leisten, mehr Geld auszugeben, oder du bist irgendwie Speaker auf allen großen Events, oder du wirst die ganze Zeit weiterempfohlen. Ja, wenn du zwei von diesen Dingen hier machst, machst du normalerweise eine Million Euro im Jahr. Also zwei Punkte auf dieser Liste hier, ja, würden dann ausreichen, um eine Million pro Jahr zu machen. Ja, zum Beispiel hier, starkes Personal Brand plus organische Reichweite, machst du normalerweise mindestens Mio im Jahr. Also das ist der Punkt, ja, jemand, der drei Punkte auf der Liste erfüllt, der macht wahrscheinlich zwei bis drei Millionen. Und der wesentliche Faktor ist aber, du musst eigentlich alle Punkte auf dieser Liste erfüllen, um irgendwie Richtung Achtstelligkeit zu kommen. Aber schauen wir uns ganz noch im Detail an, ja, das ist wirklich die Wahrheit, ja, zwei Punkte reichen aus, ja. Unter anderem deshalb gelingt es halt auch Leute, dass die einfach gar keinen Business-Sachverstand haben, trotzdem irgendwie es zu schaffen, auf die Mio zu kommen. Zum Beispiel irgendein charismatischer Speaker, der überall jedes Wochenende auf der Bühne steht, von der Bühne pitcht, verkauft, nichts liefern kann im Backend, kein geile Kundenergebnis hat, macht trotzdem locker eine Mio, auch wenn er sonst nichts auf die Kette kriegt. Ja, oder so ein Kaltakquise-Roboter, einfach nonstop wie ein Dummer telefoniert, quasi den Kopf gegen die Wand schlägt, den ganzen Tag und irgendwie trotzdem eine Mio macht, weil er einfach genug Sales-Termine macht und einfach irgendwann genug closed. Auch wenn die Kunden dann nicht da bleiben, mangelt Resultate. Macht trotzdem eine Mio im Jahr. Ja, oder irgendein Online-Marketing-Nerd, einfach 24-7-Day-Trading, der macht in seinem Facebook-Ads-Manager und irgendwelche automatisierten Funnel-Taglich-Conversion optimiert, der kann auch eine Mio im Jahr machen. Aber er scheitert dann eben dabei, weil die Kunden irgendwie dann keine Results haben, weil er sich dann nicht um die kümmert, weil die seinen Nerd-Shit nicht verstehen und so weiter und sofort und auf den nächsten Level kommen. Ja, oder jemand, der seit Jahren Content macht, Reels, YouTube, Podcasts, sich riesen Reichweite aufgebaut hat, seinen ganzen Content for free rausgibt, der kann auch ein Produktlaunchen, mal ein bis zwei Mio machen, aber dann wird es in der Regel nicht weitergehen, weil er sein ganzes Know-how schon verballert hat vorher, um seine kostenlose Reichweite aufzubauen. Oder irgendwelche Agenturen, die so die Geheimtipps sind im Hintergrund, die irgendwie geile Resultate machen, sich irgendwie so beteiligen, aber die keiner kennt über den kleinen Personenkreis hinaus, die aber sich voll geil finden. Dabei kennt sie wirklich kein Schwein und am Ende des Tages, ja, werden sie nicht weiterempfohlen, weil sie keiner kennt. Oder irgendwelche Automatisierungsfreaks, die sind auch richtig geil, die haben super schlanke Prozesse, die brauchen nahezu keine Mitarbeiter und die können es sich leisten, einfach schlechtes Marketing zu machen, weil sie so kosteneffizient sind, dass sie mehr zahlen können als der Wettbewerb und so weiter und so fort. Du siehst also, es reicht immer aus, ein bis zwei Sachen davon zu machen. Du machst eine Million im Jahr, auch wenn du eigentlich gar nicht so viel Plan hast und nichts davon richtig auf die Kette kriegst. Und all diese Leute sind auf dem Papier super erfolgreich, aber sie sind keine geilen Unternehmer. Du kommst bis ein bis drei Million pro Jahr, kommst damit noch durch, aber wenn du fünf bis zehn machen willst, dann musst du diese ganzen Punkte hier mehr oder weniger erfüllen. So, und deswegen fallen alle bei der Skalierung auf die Schnauze. In der Theorie müsst du einfach ja nur, wenn deinem Business alles stimmt, bei dieser Blackbox hier, müsst du mehr Input geben, mehr Output rausholen, dann mehr reinvestieren. Das geht immer und immer und immer und wieder so weiter. Aber es gibt immer diese Cap-Limits. Das ist leider eine Theorie. In der Praxis scheitern viele daran, dass sie irgendwo in ihrem Business schon Fehler reingebaut haben in der Vergangenheit. Zum Beispiel, warum viele auf dem Weg scheitern und erinnern dich an dein eigenes Versagen vielleicht in der Vergangenheit. Du stellst falsche Mitarbeiter ein, irgendeiner im Vertrieb, der ist ganz gut, nach 18 bis 14 Monaten fühlt es nicht mehr, hört auf, hat keinen Bock, kriegt Burnout, hört einfach auf, vorbei. Oder es gibt Streitereiter und die Firma bricht zusammen oder es gibt schlechte Kundenergebnisse und nach zwei Jahren gibt es einen Shitstorm, weil irgendwelche Kunden sich zusammenrotten, irgendwie online dann irgendwie Bewertungsplattformen attackieren und so weiter und so fort und das ist ein riesen Struggle. Oder hast die Kennzahlen nicht im Griff, teile ich irgendwelche sinnlosen Ausgaben und plötzlich merkst du, scheiße, die Steuern kommen, es gibt Liquiditätsengpässe und das war es dann wieder und das Ganze wirft dich ein halbes Jahr zurück. Oder dein Team bricht auseinander, weil irgendwelche Mitarbeiter abwandern, abgeworben werden oder gemeinsam eine Konkurrenzfirma starten. Gibt es auch, weil die falsche Leute eingestellt hast. Oder dein Marketing ist nicht scalable, weil du keine richtig geile Markenbotschaft gefunden hast und keine Werbebotschaft nicht skaliert. Du kriegst deine Ads nicht vom Boden hoch und die Leadpreise explodieren bei der Skalierung. Das Ganze klappt nicht. Oder du bist vollkommen überlastet in deinem Team, weil eben keine Mitarbeiter gefunden werden und die Arbeit einfach ineffizient organisiert wird. Dann kannst du auch nicht skalieren. Oder Führungskräfte verstehen ihren Job nicht, sorgen für mehr Chaos und Unzufriedenheit im Business, als dass sie dir helfen und deswegen wirst du ein halbes Jahr zugeworfen. Oder irgendwelche externen Faktoren kommen. Ja, Krise, die Wirtschaftslage wirken auf dein Business ein und du verpasst irgendwie frühzeitig Lösungen zu finden. Du siehst am Horizont nicht und dann wirst du davon überrascht und was platt gemacht. Oder du zögerst zu lange und dann ist plötzlich so ein Fenster zu, wie zum Beispiel irgendwie iOS 14 Updates oder es gibt Konkurrenz, die von dir vorbeiziehen und so weiter und so fort. Die Quintessenz ist dessen, was auch immer der Grund ist, warum deine Skalierung scheitern wird. Du hast es bereits getan. Diese Sollbruchstelle ist bereits in deinem Business drin. Du wirst auf jeden Fall auf die Fresse fliegen damit. Das ist Real Talk. Du hast irgendwo, weil du keine Ahnung hast, in der Vergangenheit schon einen entscheidenden Fehler gemacht, irgendeinen hiervon, der schlummert gerade in deinem Business oder eine Variante davon und du wirst damit ein Problem haben. Und der einzige Weg, um Skalierung hinzubekommen, ist es, diese ganzen Fehler zu eliminieren, die hier schon eingebaut sind. Wir haben einen Masterplan, mit dem wir komplett das Ganze bereinigen können, um überhaupt das Fundament dafür zu schaffen, auf 5 bis 10 Millionen im Jahr zu gehen. Wenn dein Unternehmen jetzt gerade nicht mehr macht, als es gerade tut, dann liegt das daran, dass es keinen Raum im Business gibt für mehr Geld. Denn Geld nimmt den Raum ein, den man ihn lässt. Das heißt, dein Business kann nicht mehr Geld aufnehmen, sonst hätte es das bereits. Wir können das hier systematisch ermöglichen, auf 10 Millionen Jahresumsatz und mehr zu skalieren mit diesem Masterplan. In der Reihenfolge machen wir folgendes. Ich habe das Ganze übrigens hier nochmal im Detail in einem epischen Video erklärt. Könnt ihr euch hier anschauen. Empfehle ich auch jedem nochmal zu machen, nochmal im Detail diesen Masterplan hier durchzuarbeiten. Aber was wir grob machen werden, ist, wir schauen uns erstmal genau an, was ist eigentlich der ideale Marketfit für deine Produkte. Wir schauen uns die Preispunkte an, wir optimieren deinen ganzen Vertriebsprozess, optimieren deine Skripte und erzeugen erstmal einen maximalen Product-Marketfit, sorgen dafür, dass du eine maximale Conversion hast, damit alles, was wir im Traffic-Bereich machen, jetzt zum ersten Mal richtig funktioniert und wir von vornherein aus einer existenten Reichweite das meiste rausholen. Wir eliminieren alle Branchenfehler, je nachdem, was du machst. Wenn du Agenturen hast zum Beispiel, da gibt es einfach eine Liste von 40 Fehlern, die bei uns im Training einfach ausmerzen und dann systematisch dafür sorgen, dass Skalierbarkeit überhaupt jetzt entstehen kann. Du kannst nicht schlagartig wachsen, wenn du noch systematische Fehler machst. So, dann skalieren wir, wenn das hier steht, ja, Conversion passt, Fehler sind beseitigt, dann skalieren wir die Ads oder skalieren die Akquise, dann schauen wir an, wie wir diesen Ansturm an Kunden jetzt bewältigen können durch neue Strukturen im Fulfillment, dann finden wir Mitarbeiter dazu und dann gehen wir auf absolute Omnipräsenz, wenn alles hier steht, ja. Wenn alles hier steht, dann ist die Maschine feingetunt, dann erhöhen wir den Input maximal und dann geht es auch Richtung 10 Millionen. Und was du verstehen musst, ja, nur wenn dein Unternehmen diese Schritte in exakt dieser Reihenfolge macht, hast du auch eine Chance hier, eine erfolgreiche Skalierung Richtung achtstellig zu erreichen. Was für 10 Millionen Euro im Jahr nötig ist, ist, dass du einfach jeden einzelnen Punkt auf dieser Liste hier erfüllst und zwar dauerhaft. Die Sterne stehen nur günstig, wenn du dauerhaft jeden einzelnen Punkt auf dieser Linie hier erfüllst, auf dieser Liste hier, ja. Hierzu gibt es ein weiteres gesondertes Video, wo ich eine halbe Stunde lang exakt erkläre, wie du dafür sorgst, dass diese Sterne hier auf dieser Liste jeden Monat günstig stehen und wie es unsere Kunden, wie zum Beispiel Fairfamilie oder Loft im Film schaffen, wirklich auch im Monat eine Million zu knacken. Das geht nur, wenn all diese Punkte erfüllt sind. Ja, das ist der Punkt. Ja, wichtig. Nur wenn alle erfüllt sind, wirst du nachhaltig über 10 Millionen Euro pro Jahr machen und dabei trotzdem eine hohe Umsatzrendite haben von sagen wir mal 25% und mehr. Das heißt, dass da wirklich was hängen bleibt. Ja, schau dir gerne unseren EBIT an und geh bitte davon aus, bei unserem EBIT kommen noch siebenstellige Unternehmergehälter dazu für die Geschäftsführung, ja, für die Inhaber. Denk dran, wir machen eigentlich noch mehr Profit, als du eben schon gesehen hast. Das bedeutet, diese ganzen Sachen hier zu machen, heißt auch, du musst jetzt mal vor die Kamera und zu einer Household Brand werden, die wirklich jeder an deinem Markt auch kennt. Das bedeutet auch, dass du wirklich in gute Full-Fill-Mitarbeiter investieren musst, damit du zu exzellenten Ergebnissen kommst, die halt Upsells und Verlängerungen triggern. Du musst irgendwann auch mal 40, 50% deiner Umsetzung mit Bestandskunden machen, weil es macht keinen Sinn, jeden Monat Neukunden zu gewinnen. Du solltest mal mindestens 150.000 Euro im Monat oder mehr in Marketing oder Vertrieb schieben jeden Monat, damit dich jeder kennt, wenn du omnipräsent wirst. Du musst eine Marke aufbauen, die auch was hermacht, die Status hat Strahlkraft. Du musst all deine Zahlen vollständig im Griff haben, schlanke Prozesse einführen, das Ganze aufsetzen, Mitarbeiter finden, die die Kundenlänge bewältigen und damit auch die Umsatzrendite steigern. Damit du Effizienz arbeitest, musst du geile Mitarbeiter haben und geile Prozesse und möglichst wenig Personalkosten zu haben, damit die Rendite halt hochgeht. Das bedeutet auch, dass du permanent auch neue Leute einstellst und ein Schulungssystem hast, damit du binnen vier bis sechs Wochen Leute wirklich fit machen kannst für einen Job, damit du keine Zeit verschwendest und du brauchst Führungskräfte, damit du selbst nur noch vier bis sechs Leute managen musst und die wiederum für dich drei bis sechs Mitarbeiter oder mehr managen. Und du musst all deine Zahlen vollständig im Griff haben. Wenn du das verstehen willst, hier ist ein weiteres Video zum Thema Marktdominanz, um genau zu erklären, was wir hier mit diesen Punkten meinen. Kommen wir zum Punkt. Es gibt noch einige Sachen jetzt hier im Detail. Also Thema Marketing. Haben wir gerade eben schon erklärt. Wenn du in die Masse gehen willst, dann brauchst du Marketing, das skaliert mit einer Mass Appeal Message. Du musst dir klar werden, die meisten Leute da draußen und ihr seid wirklich in den meisten Fällen fluppen, die irgendwelche nach 15 Botschaften von sich geben und das reicht doch für ein bis drei Millionen im Jahr. Aber dein Marketing darf nicht mehr langweilig oder generisch sein wie das andere Marktteilnehmer. Ja, hier ist ein Video, wo ich genau erkläre, warum die meisten in 2023 gerade kaum noch Kunden gewinnen, weil sie einfach komplett generisches, langweiliges Marketing machen. Solltest du dir ansehen. Du musst in der Lage sein, eine Marketing Botschaft zu entwickeln, die scalable ist in alle Richtungen. Ja, nicht nur eine einzige Werbeanzeigen Angle, sondern mehrere und du musst in der Lage sein, die von einem warmen Publikum in das kalte Publikum auch nach außen zu skalieren. Wenn du das nicht hinbekommst, hast du ein Problem. Das ist eine der genialsten Darstellungen für Marketing, die es übrigens überhaupt gibt und wenn du genau wissen willst, wie das Ganze hier funktioniert, solltest du ein ES-Gespräch bei uns buchen, wo wir dir gerne erklären, wie das hier für dich funktionieren kann. Nur wenn du das hier übrigens hast, ist es überhaupt erst möglich, mal die Ad-Kosten zu skalieren und by the way, fast niemand im deutschen Advertising-Space im Bereich Lead-Generierung schafft es überhaupt über 50k Monatsbudget hinaus zu skalieren. Die meisten der Business Bros, die haben keine Ahnung, die meisten Agenturen haben keine Ahnung, wie man auf 100.000 Euro und mehr skaliert in einem einzigen Account im Bereich Lead-Generierung. Die E-Commerce-Leute, die kriegen es zwar hin, mehr zu spenden, aber das ist ein ganz anderes Game. Bei Lead-Generierung ist es alles andere als einfach zu skalieren über 50.000 Euro Werbeausgaben im Monat und die E-Commerce-Leute haben meistens keinen Plan mehr, Leads gewinnt und deswegen ist es ein ganz anderes Spiel, die haben keine Ahnung. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum die ganzen Dubai-Clown-Coaches selten schaffen, ihre Angebote über 2-3 Millionen pro Jahr zu skalieren, Gott sei Dank, weil es halt so schwer ist, Lead-Generierung zu skalieren. Und by the way, wenn du das skalieren willst, das Ganze mit einer Werbebotschaft, dann müssen wir dafür sorgen, dass deine Person, deine Brand, deine Firma nach außen was her macht. Also wir müssen all diese Aspekte hier in diesem Dokument, schau es dir in aller Roma an, optimieren und dein Außenauftritt hier quasi komplett als Personen-Brand, als Social-Media-Brand, dein ganzes Messaging, dein Offer, deine Webseite, deine Firmen auftreten und alles optimiert werden nach außen, damit es überhaupt Sinn macht, das Ganze zu skalieren. Denk dran, wenn es irgendeine Schwachstelle gibt bei der Personenmarke, dann wird die richtig in die Öffentlichkeit treten, sobald du achtstellig wirst, weil mit dem Ad-Spend, der da nötig ist, dann wird es wirklich problematisch, weil jeder wird dich kennenlernen, jeder wird dich sehen. Je höher du fliegst, desto höher ist auch die Falle höher. Das heißt, du musst in der Lage sein, deine Marke aktiv zu steuern und wenn wir eine Marke skalieren wollen, muss sich im Vorfeld jemand da Gedanken machen, und das Ganze framet, branded und so weiter und so fort. Es ist nicht trivial. So, weiteres Thema. Wenn du achtstellig gehen willst, dann darfst du nicht mehr über Gefühle und Emotionen dein Business steuern. Es fällt dir auf die Füße, wenn du versuchst, auf 10 Millionen zu gehen, aber du hast keine sauren Prozesse und bist nicht zahlengetrieben. Dieser ganze Kram hier skaliert nicht. Alles, was du im Kopf hast, was du dir merken musst, wird nicht skalieren, weder bei dir noch bei deinem Team. Feelings skalieren nicht, Gefühle skalieren nicht, nur Zahlen skalieren. Zahlen sind messbar, da musst du leiten. Charisma skaliert nicht, also irgendwelche Reden schwingen, die Führungskräfte motivieren die Mitarbeiter jeden Tag manuell, wird nicht skalieren, kannst du vergessen. Prozesse skalieren nicht. Deine aktuellen Prozesse werden die fünffache Kundenanzahl, die fünffache Leadanzahl, die fünffachen, alles einfach nicht intern abbilden können. Die müssen nur aufgebaut werden. Kommunikation, wie du gerade kommunizierst intern, wird nicht funktionieren, wird nicht skalieren, du musst es anders machen. Das Verständnis für die Zusammenhängende in der Firma, dass jeder weiß, was jede andere Abteilung tut, das wird auch nicht skalieren, das muss auch abgebaut werden, das muss systematisiert werden, dass jeder nur weiß, was ihn persönlich betrifft und das dann im Laufe der Zeit immer weniger Gesamtwissen nötig ist. Nur die Führungskräfte müssen das Gesamtverständnis haben und was auch nicht skalieren wird, ist die Tatsache, dass du Mitarbeiter suchst, die möglichst viele Skills haben, weil eigentlich suchen wir immer mehr Mitarbeiter, die immer einfache Tätigkeiten ausführen. Das heißt, die Dichte von Skills pro Mitarbeiter wird auch nicht so bleiben können. Das wird alles nicht skalieren, das muss alles weg. Was wir brauchen stattdessen, ist ein Controlling, ein zentrales Controlling, das wirklich alles managt, Finanzen, Administration, Personal, Vertrieb, Marketing, Fulfillment. Wir brauchen KPIs, die geführt werden. Wir müssen einen Controller einstellen, der die Sachen managt oder mehrere Leute, die Controlling betreiben. Heißt, nach Bauchgefühl zu handeln oder auf sich zu fliegen, wird nicht mehr funktionieren auf dem Level, den wir hier anstreben. Wenn du wachsen willst und dabei hoch profitabel bleiben willst, also enorm hohe Umsatzrendite haben willst, dann muss hier alles über KPIs laufen. Welche das sind, ist branchenabhängig, dazu später mehr, wenn wir eins zu eins über dein Business sprechen. So, nächstes Thema. Optimierung im Vertrieb. Das Geld steckt in den Leads. Fakt ist, die meisten Leads schon ein bis drei Millionen gerade stecken als Coach-Berater-Agenturen. Die könnten wahrscheinlich das Doppelte aus ihren Bestandskunden oder ihrer Lead-Liste rausholen, wenn mal alles optimiert worden wäre. Das ist meistens der Fall. Wir müssen einfach alles optimieren. Quali-Skripte, Opening-Skripte, Verkaufsskripte, Einwandbehandlung, CRM-Aufbau. Ja, die typischen Maßnahmen. Wir optimieren die CRMs, wir führen zeitnah da eine Verdopplung der Umsätze meistens dabei und wir schaffen es, den CPA zu erhöhen, damit noch mehr Ads ausgeben zu können. Warum? Weil die meisten Leads gehen im CM-System verloren. Es gibt sinnlose Round-Robbing-Funktionen, irgendwelche schlechten Listen durchdringenden. Es gibt kaum sinnvolle Follow-Ups durch irgendwelche Wiedervorlagen. Das ist alles Schwachsinn. Muss alles weg. Ja, auf die Art und Weise klappt das Ganze nicht. Bestandskunden werden selten nachverfolgt und abgesellt. Da sind mindestens 30% Umsatzpotenzial drin. Es gibt diverse Follow-Up-Mechanismen, die man implementieren kann, die die meisten nicht machen. Dann müssen die Skripte optimiert werden, gerade wenn ihr Kaltakquise macht. Dann ist es so, die meisten haben vor zwei Jahren mal ein Skript gemacht. Heute hat sich der Markt geändert. Die Bedarfe haben sich geändert. Im Laufe der Zeit wurden die Skripte angepasst von irgendwelchen Mitarbeitern, die keine Ahnung haben. Oder es wurden irgendwelche Ergänzungen eingeführt, um vorne irgendwelche Fehler auszugleichen. Das ist alles Nonsens. Brauchen wir nicht. In der Praxis sehen wir hier 50 bis teilweise 150% Steigerung, also ein Uplift, vor allem bei der Kaltakquise, wenn wir das Ganze für euch, mit euch gemeinsam machen. Das ist sofortiger Mehrumsatz ohne zusätzliche Werbe- und Personalkosten. Und wir können die Bestandskunden halten, was ein drastischer Uplift ist beim Kundenwert, der gesteigert wird, was uns wieder ermöglicht, mehr in Ads auszugeben. By the way, CRM ist Chefsache. Du kannst nicht das Nachdenken, das Planen deines CRMs an ein Team, an einen Agenturpartner oder an deinen Vertriebsleiter auslagern. Die kriegen das nicht hin. Systemvertrieb ist das für Nerds und da musst du eher so ein Wirtschaftsinformatiker sein mental, und ein CRM aufsetzen, das den Vertrieb aktiv führt. Das heißt, das CRM führt den Vertrieb, nicht der Vertriebsleiter den Vertrieb. Das ist ein Unterschied. Bei Roller Consulting macht das CRM die Arbeit und führt den Vertriebler und deshalb machen wir mit nur 16 Leuten im Vertrieb wirklich mehrfach achtstellige Jahresumsätze. Wir brauchen einen Bruchteil dessen, was jeder andere im Markt braucht, um ein Vielfaches der Umsätze zu erzielen. Dann müssen wir uns Gedanken machen, wo stehst du momentan, wo willst du hin und wie muss die Firma aussehen in der Zukunft, um eine Planung zu machen, was wir eigentlich alles einstellen müssen und überhaupt mal auch die Caps der Defizienz, die du gerade hast, weil wenn du dir vorstellst, in einem Planspiel, wie deine Firma fünfmal größer ist als jetzt, dann merkst du, welche Abteilungen krachen werden im Fulfillment und du merkst, wir brauchen irgendwie eine Abteilung mehr oder ein Team mehr oder ein paar Mitarbeiter mehr und erst wenn wir so eine Zielstruktur gemeinsam geplant haben, dann sehen wir überhaupt erst, was alles noch auf dich zukommt, was wir alles heilen müssen und weil du in der Lage bist, die Zukunft vorherzusehen und im Ist-Zustand jetzt schon herbeizuführen, wirst du auch deinem Business den Raum geben, um diesen Umsatz zu realisieren. Das ist extrem wichtig. Wenn du das hier nicht machst, wird dein Business krachen, wenn du versuchst auf fünf bis vier Millionen zu skalieren. In der Regel brauchen wir auch dann mehr Abteilungen und dann müssen wir einen geilen HR-Prozess einführen, wie jetzt gezielt, damit es möglich wird, hier systematisch zu rekruten und zu schulen und diese Zielstruktur herbeizuführen. Wie das im Detail funktioniert, hier gibt es ein umfassendes YouTube-Video von meinem Bruder Markus dazu, das du dir anschauen kannst, ist verlinkt hier im Dokument. So und zu guter Letzt, wenn wir die ganzen Formalitäten erledigt haben, wenn wir alles aus dem Weg haben, was Mindset technisch so, also was strategisch anliegt, wenn wir alles auf dem Weg haben, taktisch alles aus dem Weg haben, geht es nur um die zwei Endgegner, nämlich dein Sättigungsgefühl und dein verdammtes Ego. Der letztentscheidende Faktor, mal abgesehen von dem ganzen strategischen Zeug, ist dein Ego und dein Sättigungsgefühl. Es gibt nämlich folgenden Zusammenhang. Ganz am Anfang sind alle immer super begeistert, hier geht die Mindset-Kurve hoch, alle haben Ehrgeiz, alle sind begeistert, sie wollen was erreichen, du willst auf den nächsten Level kommen, du wolltest auf drei Millionen im Monat oder so, du wolltest auf zwei Millionen, herzlichen Glückwunsch. Du hast Ehrgeiz, danach geht dein Mindset hoch, du denkst auf einen höheren Level, danach agierst du, setzt neue Prozesse um, wunderbar, dann kommen die Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse kommen und du machst jetzt deine ein bis drei Millionen im Jahr, dann ist es meistens so, dass jetzt das Sättigungsgefühl kommt und du denkst dir so, ja geil, super, erstmal ein coolen Level erreicht, mega und dann lässt dein Ehrgeiz nach, dann geht die rote Linie wieder runter, ja die rote Linie fällt runter. Wenn die rote Linie runterfällt, dann kippt danach dein Mindset, ja du bist nicht mehr so, du bist nicht mehr so im Game wie vorher, ja du lässt langsam hier nach. Das Witzige aber, das Geld bleibt eine ganze Weile auf dem hohen Level da, weil das Geld, was du heute verdienst, stammt aus den letzten drei, vier Monaten. Deine Aktionen der letzten drei, vier Monate oder des letzten Jahres sorgen für den Umsatz, den du jetzt gerade machst. Das heißt, dein Ehrgeiz und dein Mindset kackt vorher ab, noch bevor deine Prozesse nachlassen, weil du wirst nachlässiger, wenn dein Mindset runtergeht, dann lässt du dein Business schleifen und zu guter Letzt, wenn dein Business schleifen gelassen wurde, dann geht auch das Geld runter. Und dann ist das hier so eine ewige Achterbahn, so eine ewige Auf- und Abkurve. Ehrgeiz geht hoch, Ergebnisse gehen hoch, Ehrgeiz geht runter, Ergebnisse gehen runter, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Kannst du hier gerne im Detail noch durchlesen, ja, im Dokument, ist ja unten drunter verlinkt. Also das ist das, was passiert. Es gibt diese Achterbahn. Erst geht der Ehrgeiz hoch, dann gehen die Ergebnisse hoch, dann geht der Ehrgeiz runter, wenn man satt und faul ist und denkt, man weiß alles besser, dann gehen die Ergebnisse runter. Und die meisten Selbstständigen sind in irgendeiner Form dieser Achterbahn gefangen und das ist insbesondere dann ein Problem, wenn du bei 1 bis 3 Millionen bist, weil dann crashst du und hast teilweise richtig Kosten am Bein. Du bist nicht mehr solo selbstständig für dich selber verantwortlich, sondern du bist dann jemand mit Personalverantwortung, mit Marktstanding auch schon, auch wenn du nicht ultra bekannt bist, aber du hast ein gewisses Standing, du hast dir Kosten ans Bein gebunden, du hast vielleicht ein Büro für 5 Jahre und so weiter und so fort. Und wenn jetzt dein Ego nicht zuletzt, dass du neuen Input annimmst und dein Ego oder deinen Ehrgeiz lässt nach, weil du einfach denkst, du bist der Geilste, hast du hier ein Problem und dann fliegst du auf die Schnauze. So, die einzige Lösung dafür ist die Implementierung einer ewigen Aufwärtsspirale durch zwei Dinge, neues Umfeld und höhere Standards. Das ist das Kernproblem. Ja, du kennst die Kernprobleme jetzt. Es gibt taktische Probleme, es gibt strategische Probleme und es gibt ein Ehrgeiz und Ego-Problem. Und aufgrund dessen gibt es hier ein Sammelbecken, an Mid-Level-Coaches und Agenturen, die zwei bis drei Millionen, ein Millionen im Jahr machen. Das ist die B- oder C-Rege. Die macht gutes Geld, aber am Ende des Tages kennt sie niemand und so bekannt sind sie nicht und sie haben keinen so großen Einfluss. Und irgendwann muss sie aber die Frage stellen, ist das, was ich jetzt hier machen will? Will ich auf dem Level jetzt bleiben, wo ich ein bisschen Geld habe, aber sehr viel arbeiten muss und quasi noch kaum Impact habe, wo ich einer von vielen Playern bin oder will ich auf einen neuen Level gehen und ein Legacy zerlassen? Will ich ein Vorbild werden und meinen Markt nachhaltig beeinflussen? Diese Entscheidung habe ich mal auch vor mir gehabt und mein Mindset war damals, wenn meine Dienstleistung die beste ist, was sie ist, dann verdient sie auch das beste Marketing, den besten Vertrieb und die meisten Kunden. Meine Kunden haben es verdient, meine Dienstleistung zu bekommen und deswegen habe ich entschieden, auf den nächsten Level zu gehen. Und der sichere Weg für dich, wenn du diese Entscheidung auch treffen willst, um die Gläsern Decke zu durchstoßen, ist erstens die Implementierung neuer Marktführerstrategien, die dich von Stufe zu Stufe durch diesen Skalierungs-Masterplan führen. Denn es gibt immer wieder ein neues Cap-Limit, dann müssen wir parallel neue Strategien einführen, die uns auf den nächsten Level führen bis zum nächsten Cap, dann eliminieren wir das Cap, führen die nächste Strategie ein und so weiter und so fort und steigern uns systematisch Stufe für Stufe. Das ist der erste wichtige Punkt, strategisch noch einen Input zu bekommen und zweitens ein neues Level zu erreichen, in dem man ein neues Umfeld hat, mit Leuten, die gemeinsam auf dem Weg sind und auf dem Level auch schon sind. Das heißt, Leute, die selber keinen Bock mehr haben, hängen zu bleiben auf diesem ultranen Level. Denn das ist das Ding, was viele unterschätzen, ja, Umfeld wirkt auch wie so ein Gravitationsfeld. Das heißt, wenn du bei 1 bis 3 Millionen im Jahr bist, ja, du hast vielleicht auch mehrere um dich herum, die oft im Level sind, aber du hast vor allem sehr viele Leute um dich herum, die kleiner sind und das gibt dir das Gefühl, dass du Ahnung von Business hast, wenn du 1 bis 3 Millionen im Jahr machst. Du denkst, du bist erfolgreich, bist aber vielleicht ein erfolgreicher Selbstständiger, aber kein erfolgreicher Unternehmer. Und genauso wie du die Denkweisen, das Mindset von normalen Menschen hier, Cringe findest vielleicht, ja, denkst du so, wow, irgendwie denken die so ein bisschen begrenzt, diese normalen Menschen oder auch die normalen Selbstständigen, die sind lost im Vergleich zu mir. Gott sei Dank sind wir nicht wie die, Gott sei Dank bin ich nicht wie die, ich bin erfolgreich, ich mache 1 bis 3 Millionen. Genauso denke ich mir bei deinem Mindset, deinen Denkweisen bei 1 bis 3 Millionen im Jahr, denke ich mir auch so, ja, Gott sei Dank bin ich nicht wie du. Ja, das heißt also, wenn du bei 1 bis 3 Millionen im Jahr bist, dann fühlst du dich im Ego schon bestätigt, weil du ein krasser Typ bist, du bist ja auch nicht schlecht, aber du kratzt eigentlich an der Oberfläche des Unternehmertums. Cringe in deiner Situation zu stecken, als am Anfang zu sein, als einer von denen zu sein, von Leuten, die gar nichts hier checken links, ja, denn die Leute hier links können nichts dafür, dass sie lost sind, aber du bist hier in der Mitte und du machst eigentlich schon sehr viel richtig, du hast schon einiges grundsätzlich verstanden, du musst nur ein bisschen mehr Gas geben, ein paar Fehler korrigieren und dann würdest du abstrakt viel mehr Umsatz machen und deinen Markt dominieren und das nicht zu tun, das ist wahrhaftig Cringe, da komme ich überhaupt nicht drauf klar und da jetzt nicht zu sagen, ich mache schon 1 bis 3 Millionen im Jahr, super, ich gehe auf 5 bis 10, das ist wirklich Cringe und dann hängen zu bleiben und dann abzukacken aufgrund der ganzen Sachen, die ich dir dargestellt habe. So, jetzt kommen wir zum Scheitepunkt dieses Videos und dieses Dokuments. Das ist ein Call to Adventure. Hast du Lust, auf den nächsten Level zu gehen? Ja, wirst du marktfähig oder nicht? Let's talk about it. Wir können einigen Leuten helfen, die jetzt sich hiervon angesprochen fühlen, wann und wie wir uns unterhalten sollen. Wenn du folgende Kriterien erfüllst, können wir dir wahrscheinlich helfen, auf 5 bis 10 Millionen im Jahr oder mehr zu kommen. Ja, die 10 Millionen im Jahr können auch Minimum sein, es kann auch mehr darüber hinausgehen, die machen über 30 im Jahr und viele unserer Kunden machen dieses Jahr auch mehr als 10. Es geht also. So, wir können dir helfen, wenn du Coach bist, Berater, Experte, Agenturinhaber, Softwareanbieter etc., du bist Inhaber oder Geschäftsführer des Unternehmens, du machst bereits 1 bis 3 Millionen im Jahr, du würdest gerne 5 bis 10 Millionen im Jahr wachsen, du kannst aktiv in dein Geschäft investieren, du bist umsetzungsstark, du hast keine Ego-Probleme und lässt dich auch beraten, das heißt, du willst auch Hilfe annehmen und willst auch mit jemandem reden. So, wenn das auf dich zutrifft, bist du qualifiziert, wenn du zusammenarbeitest auf einem sehr hohen Level mit uns und kannst jetzt ein kostenloses Erstgespräch bei Holly Consulting buchen, klick dafür einfach auf den Link und du kommst auf eine Seite wie diese hier, wo du dir einen Termin auswählen kannst, du ein kleines Vorgespräch und dann setzt du dich auf das richtige Gleis bei einem Strategieberater bei uns und der wird dich 60 bis 90 Minuten dann genau beraten zu deinen Themen. Falls du jemand bist, der das Video hier gerade gesehen hat aus Interesse und du bist noch nicht bei 1 bis 3 Millionen im Jahr ist auch kein Problem, wir haben auch Trainings und Möglichkeiten, dir zu helfen, erst einmal auf 1 bis 3 Millionen im Jahr zu kommen, wenn du drunter bist, kannst dich auch gerne melden, aber dann kriegst du halt ein anderes Gespräch. Wir reden jetzt hier gerade explizit mit Leuten, die auf 5 bis 10 Millionen gehen wollen und für die ist auch dieses Dokument hier gedacht, dieses Video. So, was erwartet dich? Ganz kurz, wir machen hier keine Erstgespräche wie die anderen Leute, bei uns gibt es keine Closer-Lappen, die vor 4 Wochen irgendeinen Kurs gemacht haben, die wir jetzt hier ans Telefon lassen und so guten Ruf zerstören lassen, nein, alle Strategieberater wie zum Beispiel hier Arben Bezeli, die sind seit Jahren im Baulich Consulting, die waren bei uns, als wir am Anfang waren oder erst 1, 2 Millionen im Jahr hatten und die sind mit uns hochgewachsen und skaliert jetzt bis über 30 Millionen im Jahr und du findest hier auf dieser Seite massiv viele Ressourcen dazu, die untermauern, welche Kompetenz unsere ganzen Vertriebler und unsere ganzen Berater hier auch mal Hause haben. Die sind nämlich aktiv in das Coaching eingebunden bei unseren Kunden und die sind der Grund dafür, unter anderem, warum unsere ganzen Kunden es schaffen, achtstellig im Jahr auch umzusetzen oder auf 5 bis 10 Millionen im Jahr zu gehen. Der Grund dafür ist, wir sind exzellent in der Beratung, wir sind exzellent auch im Vertrieb und wir sind in der Lage, das nicht nur für uns zu realisieren, sondern auch für unsere Kunden replizierbar zu machen, Ergebnisse zu liefern. Das heißt, du kriegst hier absolute Spitzenberatung, wenn du wissen willst, wie ein Strategiegespräch abläuft, ein Strategiegespräch abläuft bei uns, klicke diesen Link, wo wir genau verraten, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn du das Strategiegespräch buchen willst, klicke auf den Link hier. So, des Weiteren, so was kannst du erwarten, wenn wir sehr lange intensiv zusammenarbeiten, das hier ist eine Liste, das hier sind ein paar Screenshots von Kunden, die sehr eng mit uns zusammengearbeitet haben, jetzt über das seit mehreren Jahren. Du siehst hier Monatsumsätze, 545.000, 1,1 Millionen, 302.000, 500.000, 400.000 Euro Monatsumsatz, 280.000 Monatsumsatz, hier einer, tatsächlich 17,6 Millionen, ja, wir haben einen Kunden, der macht 17,6 Millionen im Monat, 1,6 Millionen im Monat, 850.000 im Monat, 280.000 im Monat, 400, 714.000, und so weiter und so fort, ja, das sind eine Handvoll, waren wir sozusagen mal gepostet, damit du einfach siehst, dass hier, ja, das normal ist, von diesen Summen zu sprechen, mal abgesehen jetzt von ihm hier, der ein bisschen am Durchdrehen ist, aber der ist auch in einer extrem skalierfähigen Branche unterwegs und in einem sehr, 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 sehr großen Massengeschäft, aber ihn haben wir auch dahin gebracht. So, das ist im Prinzip auch alles, was ich dir vorzuschlagen hatte, ja, kommen in ein Strategiegespräch zu uns, da findest du noch ein paar Fragen am Ende von diesem Dokument hier angehangen, so typische Fragen, die wir bekommen und weiteres Informationsmaterial, ich kann dir an dieser Stelle nur empfehlen, buch ein strategisches Erstgespräch bei uns und lass uns diesen Plan hier gemeinsam umsetzen, wie gesagt, wenn du jemand bist, auf den diese Kriterien hier zutreffen, dann melde dich bei uns, wir können dir auf dem nächsten Level weiterhelfen, wenn du das ganze Video hier aus Interesse gesehen hast und jetzt trotzdem gerne mit uns sprechen würdest, um mal auf die ersten sechsstelligen oder den ersten siebenstelligen Jahresumsatz zu kommen, melde dich gerne auch zum kostenlosen Erstgespräch, wir haben, wie gesagt, ein großes Beraterteam, wir können dir auf jeden Fall helfen, aber dieses Video explizit ist für die Leute gedacht, die jetzt auf 1 bis 3 Millionen im Jahr stehen, Denken sind wirklich der Gipfel der Schöpfung, aber noch nicht verstanden haben, wie cringe es ist, auf dem Level hängen zu bleiben und bei euch besteht eine akute Gefahr, dass ihr demnächst, innerhalb der nächsten zwölf Monate einbrecht und einkracht, insbesondere wenn die Wirtschaftslage weiter schlechter hier wird, ihr müsst aufpassen, ihr müsst Gas geben, ihr müsst auf den nächsten Level kommen, also klickt jetzt auf den Link hier, bucht euch ein Erstgespräch, ihr findet auch den Link zum Doc um diesem Video drumherum, schaut es euch einfach darüber an und meldet euch bei uns, bis dann, euer Andreas Baulig. .